Und wieder liege ich hier oben. Ist man da. Wir sind bei den Gleisen. Hier erste Hilfe! Die Koordinaten des Feindes wurden angeboten und übermittelt. Ach Gott. Alles ob! Koordinaten des Feindes wurden an unsere Artillerie übermittelt. Ich höre, sie klappt eine Granate! Damit haben sie mir geholfen. Brauche ich jetzt was für mich! Unsere Artillerie! Koordinaten des Feindes wurden an unsere Artillerie übermittelt. Unter dem Start, Fillerie! Boah, wird despottet mal irgendjemand die Gegner. Das ist... Ich will die Wunde mal ansehen. Der Feind hat einen Sprengsatz an Einsatzziel Bertha platziert. Der Feind hat einen Sprengsatz an Einsatzziel Bertha platziert. Wir sind zu B rüber. Der Feind hat einen Sprengsatz an Einsatzziel Bertha platziert. Dieser Typ... Das kann mir doch niemand erzählen. Vielleicht suchen wir uns aber einen anderen Server, oder? Ich glaube schon, das ist gar nicht so blöd. Der Serverbrowser. Die Titten, Alter. Wie kriegt man eigentlich so ein gutes Bild? Ja, das frage ich mich auch gerade. Vielleicht ist das irgendwas, was man bei Origin freispielen muss. Lol! Oh mein Gott! Das ist ja eine... Das ist gut. Nehme ich, äh... Den Jäger. Ja, fast. Ja, boom, boom, pow.